hallo zusammen willkommen in unserer sendung die stunde der wahrheit in der stunde der wahrheit geht es um die wahrheit aus der bibel und es geht um joshua maschia halleluja die bibel sagt ihr werdet die wahrheit erfahren und die wahrheit wird euch frei machen so wir haben heute so ein neues thema aber bevor ich in die thematik reingehe möchte ich also mein herr joshua maschia danken joshua danke für deine liebe für deine gnade herr und danke für alles was du in unser leben tust joshua ich bete dass du mich also inspiriert dass du mich führt und deine worte in meinen mund liegt im namen joshua maschia amen so noch mal willkommen auf diese sendung die stunde der wahrheit ich habe also ein thema heute das betrifft die gemeinde und joshua maschia ich weiß noch nicht also wie ich das thema welche titel ich da geben werde aber das wird sich bestimmt langsam also bis zum schluss heraus kristallisiert und dann werden sie mal sehen also was für titel wieder geben werden aber das thema also hauptsächlich geht es um die gemeinde ich möchte erst mal sagen heutzutage sehen wir da gibt es auch verschiedene gemeinde verschiedene name verschiedene ort gemeinde kirchen und 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 also es herrscht schon als eine gewisse verwirrung wer also welche gemeinde muss man besuchen welche kirche kirchgemeinde oder kirchische versammlung muss man besuchen also da sind also die die christen also ziemlich verwirrt aber die frage ist was sagt uns überhaupt die bibel über die gemeinde was ist die gemeinde was ist die kirche also vor allem diese begriff kirche findet man sowieso nicht also in der bibel das ist so entstanden in der bibel sieht man wenn man also durch die bibel geht da trifft da sieht man bloß dieser begriff gemeinde auf englisch assembly oder auf griechisch die eglesia wir können das also selber zusammen mal prüfen ich gebe mal ich bin hier auf dieser seite bibel server wenn ich also kirche so und wie das ist zum beispiel in also ich gebe ein begriff hier kirche zum beispiel die kirche bitte in der bibel suchen und steht null treffer also dieser begriff doch nicht mal in der bibel es ist mit der zeit also so entstanden und man spricht also von kirchengebäude kirchen gemeinde und 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 aber in der bibel findet man hauptsächlich die gemeinde die eglesia also was bedeutet überhaupt also eglesia oder was sagt uns die bibel ich möchte direkt in matthäus kapitel kapitel 16 kapitel 16 das ist die luther version vielleicht können wir noch eine zusätzliche version nehmen erbepferde vielleicht ja dazu dann haben wir also zwei versionen da in matthäus 16 lesen wir ab bekenntnis also von beginnt sich des petrus das ist also eine interessante geschichte so dann fangen wir an hier ab 13 als aber jesus als aber jesus in die gemeinde von caesarea philippi gekommen war fragte er seine jünger und sprach was sagen die menschen werde sohn des menschen ist es gibt schon da so eine ich hatte schon mal so eine lehre über diese verse auch gemacht also was was sagen die menschen wer joshua ist also vers 14 sie aber sagten einige johannes der täufer andere aber elia und andere wieder jeremia oder einer der propheten er spricht zu ihnen ihr aber was sagt ihr wer ich bin simon petrus aber antwortete und sprach du bist der christus der sohn des lebendigen gottes und jesus antwortete und sprach zu ihnen glückselig bist du simon par jonas denn fleisch und blut haben es dir nicht offenbart sondern mein vater der in den himmel ist aber auch ich sage dir du bist petrus und auf diesen felsen werde ich meine gemeinde bauen und das und des hades pforten werden sie nicht überwältigen also ich höre hier auf vers 18 also zwischen 13 und 18 da gibt es so viele sachen zu lernen zu entdecken also es ist so reich also mit begriffe und so weiter aber ich möchte mich also heute nur auf den vers 18 konzentrieren joshua sagt hier ganz klar du bist petrus normalerweise das ist du bist petrus auf diesem fels also petra werde ich meine gemeinde bauen aber das wird das können wir nächstes mal eine andere lehre durchgehen ich möchte hauptsächlich auf diese genau das möchte ich also sehen dass wir das zusammen mal sehen hier steht werde ich meine gemeinde bauen also joshua jesus christus sagt ihr ich werde meine gemeinde bauen also er sagt seine gemeinde und wenn man also genau auf diese begriff gemeinde geht also hier steht da steht versammlung also was lernen wir überhaupt hier wenn jesus sagt wenn joshua sagt ich baue meine gemeinde das heißt es gibt andere gemeinde also seine gemeinde ist anders als die gemeinde von von anderen menschen oder von weiß was ist nicht also es gibt seine gemeinde und andere gemeinde also was wir heutzutage sehen es gibt gemeinde von joshua und andere gemeinde das müssen wir das ist sehr wichtig sehr sehr wichtig weil wenn man das also nicht versteht dann denkt man also geht man das auf den punkt also der punkt ist wie ist überhaupt seine gemeinde also der punkt ist wie ist überhaupt seine gemeinde halleluja das ist sehr wichtig wenn man das also nicht versteht dann denkt man also alle alle christliche versammlungen sind von wurden also von joshua gebaut aber das ist nicht der fall und er sagt ganz klar ich werde meine gemeinde bauen und es hat es worten werden sie nicht überwältigen halleluja das ist also so diese gemeinde kann nicht also das kann nicht überwältigt werden also von 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 hades und hades wir wissen also hades das ist was steht hier totenreich nennt man das also hades ist also der totenreich und oder man spricht also von höhle oder aber wer herrscht dort das ist der teufel das ist der feind das heißt also diese gemeinde die gemeinde von joshua marschier kann nicht von feind von den feind also von 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 totenreich von von dunkelheit also von von böse überwältig werden nein sehr wichtig das ist sehr wichtig liebe geschwister das müssen wir müssen wir verstehen also joshua sagt er baut seine gemeinde also ich möchte gerne also dass wir diesen begriff gemeinde überhaupt also gemeinde mal prüfen ich gehe mal also auf eine andere bibel das ist die bjc also ein teil ist also französisch und die andere seite auf auf deutsch also wenn wir die rechte seite hier sehen das ist auf deutsch aber das ist die luther die luther version also matthews 16 vers 18 also das ist vers 18 ich mag gern ich liebe ich mag gern also diese bibel weil hier kann man auf der rechten seite genau die begriffe klicken und dann die genau bedeutungen auf griechisch sehen also hier steht und ich sage dir du bist petrus auf diesen felsen wenn man also felsen hier geht das ist petra es ist also ein fels felsen petra aber und und dann petrus hier das ist petrus also ein rock also ein kleinstein petrus also ein kleinstein und felsen also petra ein groß das war so ein spielwort hier aber das das ist nicht also was wir das ist nicht das thema heute wichtig also dass wir hier sehen er sagt ganz klar seine gemeinde er baut seine gemeinde und diese begriff gemeinde wenn man also darauf geht das liest man gemeinde hier ist die eklesia und die eklesia ist eine versammlung von menschen wenn man also weiter geht und genau die die diese begriff versucht mal zu verstehen also ek diese prefix ek bedeutet heraus oder aus heraus und und dann der begriff also eklesia also diese begriff eklesia sind was heißt das noch ich muss das noch eklesia das ist sowas wie ja gerufen oder berufen oder berufen oder rufen also das heißt ek bedeutet heraus und klesia rufen oder berufen oder gerufen herausgerufen das sind menschen die aus einem bestimmten ort berufen wurden alleluja das bedeutet also die gemeinde joshua maschia die eklesia von joshua maschia sie ist das eine versammlung von menschen die aus einem bestimmten ort also aus etwas berufen wurden alleluja und deswegen also dies wenn joshua maschia sagt ich baue meine gemeinde das heißt in seine gemeinde in dieser gemeinde ich joshua maschia jesus christus der chef der boss der meister er baut seine gemeinde aber heute die andere gemeinde die gemeinde die nicht von joshua sind die werden also von menschen gebaut und dort was passiert dort herrschen die traditionen von menschen die die lehre von menschen die die lehre von menschen aber in der gemeinde von joshua maschia herrschen seine lehre seine seine sinnung seine art und weise wie er die sachen sieht also wie seine lehre einfach nicht die lehre von anderen menschen könnt ihr euch erinnern also ich glaube in matthäus 15 joshua sagte sogar warum befolgen also die menschen die lehre von menschen anstatt die lehre also die gebote des herrn es ist einfach weil die gemeinde für joshua maschia ist auf dem wort auf sein wort hat joshua maschia als herr als meister als boss als chef als gott aber in der gemeinde also in andere gemeinde die nicht mit joshua zu tun haben dort herrschen traditionen von menschen lehre von menschen und die menschen sind dort als chef als boss als papst und so weiter habt ihr seht ihr da sieht man sofort also dieser unterschied die gibt wie was die gemeinde joshua maschia ist und wie die gemeinde der menschen die gemeinde menschen sind also diese gemeinde die ecclesia heißt einfach herausgerufen herausgerufen von was aus dieser welt die sünde weil die bibel sagt ganz klar alle die ihn angenommen haben alle die an sein wort geglaubt haben hat wir können das also lesen das ist in johannes kapitel kapitel 1 ich gehe mal also die hier johannes kapitel 1 halleluja das wort sich wunderbar so johannes 1 also hier gehen wir also elbefelder johannes kapitel 1 also ab vers 12 so viele ihn aber aufnahmen denen gab er das recht kinder gottes zu werden denen die an seinen namen glauben halleluja das heißt also die gemeinde joshua maschia glaubt 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 an seinen namen und ihn aufgenommen haben das sind die leute die joshua maschia aufgenommen haben sein wort angenommen haben diese leute gehören zu seiner gemeinde aber es gibt gemeinde heutzutage die nehmen die worte von anderen menschen die folgen die traditionen von anderen menschen und diese gemeinden gehören nicht zu joshua maschia kein wunder dass wir heutzutage sie wir haben so viele namen katholik baptiste pfingsten und 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 so viele namen aber joshua maschia sagt in matthäus kapitel 18 glaubt schon matthäus kapitel 18 ich glaube also versen 19 halleluja joshua genau die versen 19 sagt er wiederum sage ich euch wenn zwei von euch auf der erde übereinkommen irgendeine sache zu erbieten so wird sie ihnen werden von meinem vater der im himmel in himmel ist also vers 20 denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinen namen da bin ich in ihrer mitte halleluja also das heißt die gemeinde joshua maschia versammelt sich im namen in seinen namen nicht nicht von anderen namen es gibt leute die treffen sich im namen der katholischen kirche die treffen sich im namen der baptist batiste gemeinde die dürfen sich im namen von pfingsten von irgendwelche licht und brot namen habt ihr nicht gesehen also da gibt es so viele namen so viel und wenn man sich nicht also mit irgendwelchen namen bekennt dann will man sich nicht also treffen hallo hallo ich bin ein christ du bist ein christ okay welche kirche gehst du ich gehe in die katholische kirche ups ja ich gehe in die baptist kirche ja wir können uns nicht versammelt also weil wir sowieso bei uns wir treffen uns also im namen der katholischen kirche ja wir treffen im namen der baptist kirche ja dann wir können keine gemeinschaft haben weil wir nichts gibt zusammen haben bis sie also gemeinschaft heißt also etwas zusammen haben das ist das ist gemeinschaft keine gemeinschaft weil wir aus verschiedenen namen kommen und diese namen die verhindern einfach dass wir dass wir eine gemeinde sein können aber die gemeinde joshua maschia hat keine betrifft sich in seinen namen nicht den namen von menschen weil katholik baptist und 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 alle diese namen da die kommen also von menschen das ist ja genau was der herr joshua maschia sagte warum bevor die also die traditionen von menschen statt das wort des herrn also die gebote des herrn zu folgen kein wunder dass wir heute so viele mauer zwischen dass es so viele mauer zwischen die menschen zwischen die so genannten christen also ein einführungszeichen also gibt das ist aber joshua sagt er holt seine gemeinde diese gemeinde ist voll mit menschen aus verschiedenen aus verschiedenen orten aus ähm verschiedenen rasten und 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 verschiedene sprachen und so weiter aber das einzige also der einzige der die mensch diese menschen verbindet ist der meister joshua maschia der name joshua maschia die lehre von joshua maschia er hat also diese menschen ähm herausgeholt aus der sünde diese menschen haben sein wort genommen diese menschen folgen der meister halleluja liebe geschwister wir sind in einer zeit wo ähm also die ganze welt also alles die ereignisse also alles was wir da erleben diese dinge zeigen uns ganz klar dass dass wir eine reformation also eine reform brauchen wie wir die gemeinde damals also früher verstanden haben wir müssten uns reformieren wir müssten äh unsere gesinnung erneuern weil unser verständnis also von der gemeinde hat uns also verblendet hat uns also so abgehalten aufgehalten also die menschen wirklich zu lieben miteinander gemeinschaft zu haben wegen alle diese namen alle diese falsche lehre und 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 es gibt sogar pastoren die sagen ja der herr hat mich also diese vision gegeben das ist meine gemeinde ich habe diese gemeinde gebaut ok wenn das deine gemeinde ist dann bleib mit deine gemeinde ich möchte die gemeinde von joshua maschia ich möchte in dieser gemeinde sein liebe geschwister die gemeinde von joshua maschia ist kein gebäude die gemeinde von joshua maschia ist nicht statisch wie sagt man das also statisch in einem bestimmten ort nein die gemeinde joshua maschia bewegt sich das sind menschen die sich versammelt irgendwo zwei drei vier fünf egal wie viel aber im namen von joshua maschia wie kann es sein also dass die leute sich also treffen und 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 glauben nicht mal also dass das die sünde die sünde ist glauben nicht mal also dass joshua maschia gott ist in der gemeinde der menschen herrschen die menschen die menschen sind die herrscher dort die menschen sind die meister dort habt ihr nicht gesehen wo diese in dieser gemeinde wo die pastoren also die bosse sind die chefs sind die 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 leute also knien sich also vor diese pastoren der pfarrer ist sowas wie er ist sowas wie ein klein gott er er kriegt mehr respekt also als die als andere und die leute die verehren also diese sogenannte pastoren und sowas das das ist die gemeinde von menschen nicht die gemeinde von joshua maschia die ehre gebührt nur joshua nur er bekommt also diese ehre halleluja halleluja aber in diese gemeinde von menschen wo die menschen herrschen da das ist wie zum beispiel die gemeinde von laodizea menschen wo die menschen herrschen dort es gibt also so viel zu sagen also über die gemeinde joshua maschia es gibt so viel ich kann euch also sogar ein beispiel zeigen also wo es gibt also gemeinde von joshua und die gemeinde also die eklesia sogar die eklesia von joshua maschia und die eklesia von menschen in apostelgeschichte ich gehe mal in apostelgeschichte kapitel es gibt so viel zu sagen ja joshua maschia es gibt so viel so viel zu sagen in apostelgeschichte kapitel 19 19 wo ist das vers 32 ich glaube schon genau das ist die geschichte wo die leute sich also versammelt hatten und und wollten paulus also steinigen und 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 das steht in vers 32 es ist so interessant in matthäus also 16 vers 18 haben wir gesehen wo joshua sagte ich baue meine gemeinde und diese und dieser begriff gemeinde war es ist eklesia und hier steht etliche schrien so etliche ein anderes und die gemeinde war war irre und die meisten wussten nicht warum sie zusammen gekommen waren da gibt es so viel zu lernen und ich finde das so schön gehen wir mal also auf diesen begriff gemeinde wenn also gemeinde hier da steht auch eklesia genau diese gleiche begriff also wie in matthäus 18 matthäus 16 vers 18 hier steht auch eklesia aber diese eklesia hatte nicht mit der eklesia zu von joshua maschia zu tun und was hat also diese eklesia geprägt also das steht dass die dass diese gemeinde war irre und die meisten wussten nicht warum sie zusammen gekommen waren also diese gemeinde die die leute die sich da versammelt hatten diese eklesia diese versammlung also von menschen die diese eklesia wusste überhaupt nicht warum sie sich äh getroffen hatten warum sind sie zusammen gekommen aber die eklesia von joshua maschia die gemeinde von joshua maschia weiß warum diese menschen die eklesia von joshua maschia die treffen sich im namen joshua maschia die wollen joshua ehren die wollen und 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 der herr einfach unser herr loben preisen die wollen für ihn für ihn leben halleluja aber es gibt viele gemeinde hier die nicht mit joshua zu tun haben und in solcher gemeinde findet man leute die nicht mal christ sind liebe geschwister ich sage euch also es gibt viele die keine christ sind die sind die haben bloß also die sind in eine gruppe reingekommen und äh haben wir so eine karte äh bla 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 zahlen die steuer und und so weiter aber das ist nicht die gemeinde von joshua maschia die gemeinde die eklesia joshua maschia weiß genau worum es geht warum treffen sie sich deswegen sagte joshua da wo zwei oder drei sich in meinen namen versammelt hier sehen wir also dass die leute sich versammelt hatten aber die wussten überhaupt nicht warum sie zusammen gekommen waren die wussten nicht warum gibt es also leute die die folgen einfach so folgen die menschen folgen die menschen das ist also was die bibel sagt es gibt es gibt leute die folgen einfach die menschen der pastor ist also der chef wenn pastor sagt also links oder recht die leute folgen statt unser meister zu folgen habt ihr nicht gesehen also diese die 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 diese gemeinde diese sogenannte eklesia in 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 südafrika wo der pastor sagte ja ähm die leute waren so wie irgendwie verrückt und sind rausgegangen haben angefangen also gras zu essen habt ihr das gesehen habt ihr gesehen also in wie in 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 amerika also diese sogenannte christliche äh christliches land ein mann ein mensch also so gefolgt hat hat also habt ihr nicht gesehen sogar als als die die menschen also die die leute in amerika äh in dieser präsidentenwahl habt ihr gesehen wie wie sie diese sogenannte präsident so verehrt haben statt joshua maschia zu folgen sind im kapital rein und zack und so aggressiv und 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 erstaunlicherweise die sind reingegangen und haben dort sogar gebetet im namen die haben gebetet aber das sind nicht die werke joshua maschia das ist nicht liebe geschwister es gibt die gemeinde von menschen die gemeinde von menschen folgt die menschen folgen die lehre von menschen sind bereit für diese menschen zu sterben im namen von blablabla aber sind nicht bereit im namen von joshua maschia zu sterben oh herr also ja ich sagte am anfang wissen was ist nicht also was ich da über die gemeinde sagen werde aber am ende sehe ich also titel würde ich also bestimmt sagen also die gemeinde von joshua gegen die gemeinde von menschen also nochmal die gemeinde von joshua maschia joshua ist der boss joshua ist der chef joshua ist der meister joshua ist gott aber in der eglesia von menschen da wo der teufel herrscht mit falschen lehren und 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 dort haben sie bestimmte kleidungen bestimmte tagen wo sie anbieten müssen bestimmte orten wo sie sich treffen bestimmt alles also alles so statisch nicht mal also mit dem und noch das schlimmste noch die sünde herrschte so so stark in solche also in gemeinde von menschen die lehre von joshua maschia wird so gemischt mit traditionen von menschen wir müssen zurückkommen zurück zu wort zurück zu joshua maschia wir also wenn du weißt dass du nicht zu seiner gemeinde gehört dass du die ganze zeit nur menschen gefolgt hat obwohl du namen joshua jesus sagten aber in deine handlungen hast du deine denomination deine kirche deine christliche gemeinschaft also gedienst statt joshua maschia dann musst du böse tun wir müssen alle zu joshua johannes der teufel sagte das ist das lahm gottes dieses das lahm gottes bitte folgt mir nicht mehr folgt dem da der da er nimmt das das ist das lahm das opfer lahm das nimmt also die sünde weg folgt ihm das ist genau was wir tun müssen sogar für alle die predigen alle die das fort geben wir müssen immer auf joshua also joshua zeigen die menschen die leute sagen bitte folgt joshua maschia nicht die menschen sonst wird das also kürzendienst meine Güte diese sogenannte pastoren pfarrer bischöfe und 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 die werden so verehrt kürzendienst statt joshua maschia zu folgen die folgen ihrer ihre gemeinde ihre kirche sind bereit dafür zu sterben geboren als katholik sterbe ich als katholik habt ihr das schon mal gehört niemand wird uns unsere maria wegnehmen habt ihr das schon mal gehört wahnsinn aber wer ist überhaupt also für die gemeinde gestorben das ist joshua maschia zurück zu joshua zurück zum herrn zurück zu sein wort er sagt ich hole meine gemeinde er wird seine gemeinde holen also wenn du nicht wenn du wenn du joshua maschia nicht als als boss als chef als gott als meister als herr hast dann kehrt bitte zurück vergisst die diese versammlungen und 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 noch ein punkt die pandemie die pandemie hat uns gezeigt dass die dass die die gemeinschaft mit dem herrn das wichtigste ist habt ihr gesehen also wie die wie die kirchengebäude also geschlossen wurden und blödlich konnten die menschen sich nicht mehr versammeln aber es gibt da so eine versammlung es gibt die versammlung im geist die versammlung mit joshua maschia weil seine leute seine gemeinde seine ekklesia sind von mensch aus menschen auf der ganzen welt überall verteilt verschiedene nationen verschiedene rassen verschiedene sprachen und 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 aber die menschen die vom herzen verändert wurden die menschen die joshua maschia angenommen haben die menschen die sich die wissen warum sie sich versammeln die menschen die sich im namen joshua maschia versammeln halleluja ich danke mein herr joshua maschia für für diese zeit und mein gebet ist dass wir alle zurück zum wort kommen zurück zu joshua maschia er segne uns alle in seinem namen amen und